Borussia Mönchengladbach konnte Julian Weigl nun tatsächlich fest verpflichten von Benfica Lissabon, nachdem man ihn ja im vergangenen Sommer mit einer Kaufoption ausgeliehen hatte. Die Kaufoption war ursprünglich in Höhe seines aktuellen Marktwerts von 15 Millionen Euro angesetzt, aber Gladbach konnte das Ganze jetzt runter verhandeln, man hat sie eben nicht gezogen, aber Benfica wollte Weigl dennoch abgeben, Gladbach wollte ihn holen und jetzt hat man ein richtiges Schnäppchen gelandet, denn auch wenn Weigl diese Saison bei Gladbach nicht wirklich überzeugen konnte, klar auch ein bisschen wegen Verletzungen, aber auch wenn er gespielt hat, war das genauso wenig überzeugend wie vom Rest der Mannschaft eigentlich meistens, dennoch konnte man jetzt ein Schnäppchen landen, denn laut Angaben von Benfica beträgt die Ablöse nun 7,18 Millionen Euro und ist damit sogar unter der Hälfte des Marktwerts von Weigl und unter der Hälfte der ursprünglichen Kaufoption. Also ganz ehrlich, für die Kaufoption hätte ich ihn nicht verpflichtet, aber für so ein Schnäppchen deutlich unter Marktwert finde ich das ehrlich gesagt eine gute Verpflichtung, denn ich glaube immer noch daran, dass Weigl definitiv ein guter Spieler ist und es auch bei Gladbach in Zukunft noch zeigen kann, auch wenn er es bis jetzt noch nicht getan hat und ich glaube neben der Enttäuschung, dass man jetzt so viele Spieler ablösefrei verliert mit Stindl und vor allem Thüram und Benze Baini ist die Festverpflichtung von Weigl definitiv mal ein positives Signal, denn er ist so wie man es mitbekommt schon ein Führungsspieler bei Gladbach, ist extrem erfahren, hat auch schon viel international gespielt und ich denke dementsprechend kann er den Gladbachern definitiv beim Neuaufbau helfen und stellt meiner Meinung nach ein gutes Fundament dar, wenn er auf der 6 gesetzt ist, um den herum man eine gute Mannschaft wieder aufbauen kann, um dann eben langfristig wieder mal oben angreifen zu können. Aber ehrlich gesagt auch krass, dass Weigl da so Bock drauf hat bei Gladbach, wenn es auch nicht so wirklich läuft, ich glaube wäre jetzt zu Benfica zurückgekehrt und hätte sich dann verkaufen lassen, hätte er durchaus irgendwo einen Verein finden können, der Europäer spielt eventuell, aber so möchte er auf jeden Fall bei dem Traditionsverein beim Wiederaufbau helfen, was ich gewissermaßen auch zu schätzen weiß und ich bin mal gespannt, was die Gladbacher nächste Saison so zeigen können, sei es jetzt mit Faheke oder ohne ihn, aber das auf jeden Fall soweit meine Einschätzung zum Transfer von Weigl fest zur Borussia aus Mönchengladbach. Was sagt ihr zu meiner Einschätzung? Seid ihr anderer Meinung? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!